Hallo, seid ihr auch alle da? In der Projektstunde Theater passieren erstaunliche Dinge. Die freundliche alte Frau ist in Wirklichkeit eine Hexe. Ein hungriger Räuber stibitzt Omas Apfelkuchen und ein kleines Schaf wird in einen großen Bären verwandelt. Aber keine Sorge, am Ende wird alles gut. Und was noch besser ist, es sind die Schülerinnen der 5. Klasse, die dieses Geschehen auf die Bühne bringen. Bist du im nächsten Jahr dabei? Herzliche Einladung und auf Wiedersehen!